Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Crazy4Marketing geschrieben, welches er mit 5 Sternen bewertet hat. Wie deine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Welcher Webseitenbetreiber kennt das nicht? Man hat eine neue Webseite aufgesetzt, sich viel Mühe mit dem HTML-Code und mit der Gestaltung gemacht und dann bleiben die Besucher aus. Gerade Betreiber von Nischenseiten ärgert dies besonders. Das E-Book von Crazy4Marketing verspricht der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Kevin und Alina haben eine langjährige Erfahrung im Online-Marketing und sie haben eine Case-Study herausgebracht zum Thema So bekommst du massenhaft Besucher. Die Webseite Crazy4Marketing.de kenne ich schon seit längerem und ich habe sie eher durch Zufall entdeckt. Dort habe ich mich ein wenig umgeschaut und viele nützliche Beiträge und Strategien zum Thema Online-Marketing bzw. Traffic Steigern gefunden. Die Strategien von Crazy4Marketing sind treu nach dem Motto Quick and Easy gestaltet, also einfach erklärt und schnell umsetzbar. Meine Traffic Non-Stop-E-Book-Erfahrungen Conversion Rate steigern Nun zurück zu meiner Traffic Non-Stop-E-Book-Erfahrung. Die Kaufabwicklung ging innerhalb weniger Minuten über den Digistore 24 mit Bezahlung über PayPal und man konnte nach dem Download sofort loslegen. Das E-Book verspricht einem neben der Traffic-Steigerung auch massenhaft E-Mail-Eintragungen, Dutzende Blog-Kommentare und noch vieles mehr. Diese Traffic-Tipps sind wirklich klasse und es wurde einem nicht zu viel versprochen. Ich habe angefangen mit ca. 35 Aufrufen pro Tag. Mittlerweile bin ich dank des Crazy4Marketing E-Books bei 500 bis 600 Aufrufen pro Tag. Dabei habe ich nicht einmal alle Traffic-Tipps abgearbeitet. Natürlich funktioniert das nicht von heute auf morgen. Erst einmal muss man die Traffic-Tipps umsetzen und man beginnt die ersten Erfolge zu sehen. In der Case Study sind 8 Traffic-Tipps auf 81 Seiten verteilt. Es ist wirklich schön designt und lässt sich leicht lesen. Der riesige Vorteil des E-Books ist, dass man, wenn man es gekauft hat, sich eine ganze Menge Zeit spart. Denn man müsste sich solche hochwertigen Tipps erst einmal bei Google raussuchen und anschließend testen, ob sie auch funktionieren. Durch manche Traffic-Tipps kann sogar das Google-Ranking erheblich verschlechtert werden und man erreicht genau das Gegenteil. Dies ist bei Crazy4Marketing nicht der Fall. Aufbau des E-Books. Alles wird Schritt für Schritt erklärt und auch hier wieder nach dem Motto Quick and Easy. Man kann sofort mit der Umsetzung beginnen. Seitdem ich Traffic nonstop gekauft habe, sind meine Besucherzahlen im Aufschwung. Als ich mit meiner Nischenseite gestartet habe, hatte ich gerade einmal 20 bis 30 Aufrufen täglich und keinen einzigen Verkauf. Nach einem Monat circa habe ich mich besorgt im Internet nach Traffic-Tipps umgesehen. Wenn man allerdings nach Traffic-Tipps googelt, bekommt man leider nur Tipps wie Keywords verbessern oder Content verbessern. Allerdings hatte ich bereits guten Content auf meiner Webseite und die Keywords waren durch den Google Keyword Planner auch gut gewählt. Das Schöne am Traffic nonstop E-Book ist, dass wirklich jeder Tipp mit einem Screenshot aus Google Analytics belegt wird. Fazit meiner Traffic nonstop E-Book-Erfahrungen. Traffic nonstop von Crazy4Marketing verdient wirklich eine klare Kaufempfehlung von mir. Nicht nur ich kann es empfehlen, sondern auch langjährige Experten im Online-Marketing-Bereich wie Mark Reuter oder gar Ralf Schmitz sind überzeugt. Dadurch, dass jeder Schritt einfach erklärt ist, ist es auch für komplette Neulinge perfekt geeignet und es bringt einen in kurzer Zeit von 0 auf 100. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo Video von produkt-keiner.de